Maßlose Umweltverschmutzung 15 Jahre nach Einführung des Pflichtpfands auf gedrängte Verpackungen fordern Umweltschützer, das System auf Weckaufkartons für Milch und Säfte auszuweiten. Um die niedrige Sammelmenge und das Recycling von Getränkekartons zu steigern, sollten diese schnellstmöglich ebenfalls mit einem Einweckpfand von 25 Cent belegt werden, erklärt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Die Kartons bestünden zu einem wesentlichen Teil aus Kunststoff und Aluminium, sie landeten zu 40 Prozent in der Umwelt und im Restmüll. Dies sei eine maßlose Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung. Die kommende Bundesregierung muss endlich handeln, verlangt Fischer. Nach Berechnungen der Umwelthilfe könnten durch ein Pfand auf Getränkekartons jährlich 2,7 Milliarden Getränkekartons allein in Deutschland den Weg in ein hochwertiges Recycling finden. Der Verband lobt zugleich das im Januar 2003 eingeführte Pflichtpfand auf Einweckgetränkeverpackungen, das sogenannte Dosenpfand. Während in nahezu allen Ländern ohne Einweckpfandgetränke in Mehrweck aus den Verkaufsregalen verschonten seien, habe Deutschland heute das weltweit größte und intakteste Mehrwecksystem im Getränkebereich. Ein sichtbares Ergebnis ist, dass die Umwelt weniger vermüllt wird. Seit der Einführung konnte die Entsorgung von mehreren Dutzend Milliarden Plastikflaschen und Dosen in der Natur vermieden werden. Heute landeten mehr als 98% der bepfandeten Verpackungen in den jeweiligen Sammelsystemen. A, F, G, K, N, A.